Hi Leute, ich bin's Jessi und ich hab mich mal wieder fertig gemacht und euch mitgenommen. Und hier starte ich direkt schon mal mit Lip Liner. Ich weiß nicht, warum ich das zuerst mal habe, aber irgendwie mach ich's. Und dann kommt anschließend Foundation, die ist von Chanel, ich liebe die einfach so sehr. Dann natürlich ein bisschen Concealer und alles schön verblenden. Dann sette ich alles mit Puder und anschließend kommt natürlich Bronzer, geb ich auf meine Wangen und auf meine Stirn, um die Konturen ein bisschen zu bräunen. Und dann benutze ich Blush, der ist von Kajal, das ist so ein Cream Blush. Und Leute, benutzt Kajal. Glaubt mir, es verändert euren Look so sehr und ich bin einfach, ich liebe Kajal. Genau, dann Wimperntusche, Highlighter und meine Augenbrauen ein bisschen auffüllen. Und das war's eigentlich schon. Tschüss!